Die Sirene ertönte einmal am Tag. Sie war eine Aufforderung zum Gehorsam. Wir alle wussten, wenn man zu uns sprechen würde. Denn außer Ihnen sprach niemand mehr. Moin Moin und Hallo zu Episode 3795 von Game Two. Ja geil, haben wir Bock drauf! Wir haben heute wieder richtig heiße Themen auf dem Zettel. Tatsächlich, Budi? Dann verbrenn dir mal nicht die Finger. Zu spät. Wirklich amüsant. Budi. Die gesamte Menschheit hatte Game Two abonniert. Widerstand war zwecklos. Und einer von ihnen war der Schlimmste. Der schöne Micha. Dein Chat mit den heißen Themen war ganz wunderbar, mein lieber Budi. Aber das sehen wohl nicht alle so. In Sektor 101. Du da! Vortreten! Ja sorry, der Gag war halt scheiße. Falsch! Du bist ein alter Miesepeter. Aber du hast Glück. Ich kenne da einen Scherz. Den lieben einfach alle. Mir scheint, er hat deabonniert. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Dann machen wir das doch. Zeit für die Outtakes. Es war eine grausame Tyrannei des Schwachsinns. Aber all das würde bald ein Ende haben. Vor zehn Jahren hatte es begonnen. Nachdem Game Two die Macht ergriffen hatte, wurden alle anderen YouTuber verboten. Die können doch nicht ernst haben. Stopp! Stream ist verboten! Shit! Gern Newstime. Montana Black. Alle verschwunden spurlos. Stopp! Kamera aus! Sag mal, sie können doch jetzt hier nicht einfach... Sie haben die Pflicht zu schweigen! Und das gesamte Internet wurde gleichgeschaltet. Ja, geil! Penis! Ja, geil! Penis! Penis! Ja, geil! Das Team von Game Two sendete ihre schlechten Witze jeden Tag. Hoppla! Sie sind aber ungeschickt. Und an jedem Ort. Ui! Ui! Oh mein Gott! Doch das Schlimmste war Collins Musik, mit der sie tagsüber die Straßen beschalten. G-A-M-E-T-W-O, die allergeilste Gaming-Show. Der Hass der Bevölkerung wuchs ins Unermessliche. Und einen hassten sie besonders. Mich. Denn ich sah aus wie der schöne Micha. Nur dass mich ein Leberfleck grausam entstellte. Hey! Du siehst ja aus wie der schöne Micha. Aber un-hässlich! Je-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Mein Leben damals war die Hölle. Und Game Two war der Grund dafür. Ohne Dusche, ohne D-U, ohne Wechselscherter Stadt. Ich wollte mich an ihnen rächen. Doch Widerstand war zwecklos. Das ist doch kronend. Herzlich Willkommen beim Polizei Hubschrauber Simulator Stopp! Stream ist verboten! Das ist ne mega unverschämter, du bist ein dreckiger Pisser Es wird dir noch leid tun Stream ist verboten! Hier im grissen Park, schnickst du Affe! Hey jeder Hast du ein Problem? Ihr lasst es kommen, in Ruhe Karate Schlagstock In diesem Moment merkte ich, dass ich ein Lulli war Um Game 2 zu vernichten, musste ich stärker werden Ich hatte von einem mächtigen Karatetrainer gehört, der in den Tiefen der Wildnis wohnte Nach einem übermenschlichen, ewig wehrenden Todesmarsch, durch tödliche Wälder und mückenverseuchte Sümpfe, fand ich ihn endlich, den Karatemeister Ich grüße Sie, Ehrenwerter Meister Ich grüße Sie, Ehrenwerter Meister Ich war gespannt auf die Lektion In der Truhe waren Eichhörnchen So ausgehungert waren sie wie schreckliche Bestien, bereit zum Töten Was? Da soll ich reinsteigen? Hast du Laub gefressen oder was? Vielleicht war der Typ auch nur ein verrückter Penner im Wald Ich war skeptisch Okay, ich mach's In der Truhe war es ruhig Ich war bereit, jede Lektion zu lernen, die mich stärker machte Aber die Viecher starrten mich nur an Ihr stinkst nach Hörnchenkacke Doch dann machten sie mich fertig Diese kleinen, rothaarigen Scheißer Die Zeit verging zäh Doch nach drei Jahren in der Kiste spürte ich sie Die Verwandlung Ich dachte wie sie Och wie sie Und bewegte mich plötzlich geschmeidig mit dem Strom aus Krallen Und dann, urplötzlich, ließen sie von mir ab Ich hatte meine Lektion gelernt Danke für die Lektion Meister, ich habe ihn verstanden Können sie mir einen weiteren Meister empfehlen? Der Meister wies mir den Weg zu einem weiteren Trainer Erneut kämpfte ich mich durch den menschenverlassenen Wald Kurz vor dem Ende meiner Kräfte fand ich ihn schließlich Ich grüße Sie, ehrenwerter Meister Ich grüße Sie Okay, offenbar sind Sie kein Karate-Meister Ich gehe wieder Ich verstand Der Meister war unglaublich hart Ich verstehe Sie sind also unglaublich hart Würden Sie mich in Ihrer Kampfkunst unterweisen? Okay Ich war gespannt auf die Lektion Wie war der Meister so unglaublich hart geworden? Ich machte ein paar coole Karate-Moves zum Aufwerben Au! Ich bin mir nicht sicher, ob das Am Anfang tat es noch weh Die Baumstämme waren unglaublich schwer Doch dann geschah es Nach ganz vielen Treffern Konnte ich kaum noch denken In meinen Kopf Das machte mich super hart Ich hatte meine Lektion gelernt Ich sagte dem Meister Tschüss und bedankte mich Danke Meister, ich habe verstanden Doch mein Training war noch nicht beendet Das spürte ich Ich fühlte mich unvollständig Verloren irrte ich durch den Wald Doch etwas in der Ferne zog mich an Instinktiv folgte ich dem Pfad zu einem See Wer bist du? Ich bin die Hüterin des heiligen Knüppels Des mächtigen Opferklopfers Oh super, ich brauche eine Waffe Schmeiß mal rüber das Ding Vorsicht, habt Acht Denn jeder, der den Opferklopfer berühmt Wird übelst verplatzen Ja toll Tschüss Moment Ich sehe, du bist unglaublich hässlich Und schwach Hallo, du bist auch nicht gerade in den Gucker Noch nie zuvor habe ich einen solchen Loser gesehen Du siehst doch gar nichts, du alte Sumpfschabracke Du bist das ultimative Opfer Und damit bist du der Auserwählte Und der einzig wahre Träger des Opferklopfers Ja geil Der Opferklopfer zerstört deine Mover mit einem Streich Verwende ihn bei uns Diese monströse, furchteinflößende Keule Schmiegte sich in meine Faust wie ein verlängerter Arm Ich spürte, dass ich nun unbesiegbar war Und machte mich auf den Weg So, tschüss Tschüss, ne? Ein paar Meter weiter lebte wohl noch ein vierter Meister Aber der war nicht zu Hause Oh, hallo Mein Papa ist nicht zu Hause, Entschuldigung Tschüss Doch das war nicht mehr von Bedeutung Ich fühlte mich unbesiegbar Und war bereit für die Vergeltung Für mich gab es jetzt nur noch einen Weg Den Pfad der Rache Ich ging zur schwer bewachten Game2-Zentrale Und eröffnete die Gewaltparty mit einem coolen Spruch Ding Dong Ja, der ist da? Der Elektriker Ich soll ein paar Lampen ausknipsen Oh, ich frag mal nach Tut mir leid, keine hässlichen Menschen Ich stieg in den Fahrstuhl Und fuhr in ihr Studio Simon und Puli Hallo? Okay Wiederschauen Reingehauen Es war eine Perversion des Lebens Also stimmten die Gerüchte Sie hatten die beliebten Moderatoren Schon vor einer langen Zeit Gegen Androiden ausgetauscht Oh nein Meine Babys Was hast du ihnen angetan? Wo sind die anderen? Die verrückte Miri Wies mir den Weg nach oben Natürlich Collins Etage Als ich nach oben fuhr Spürte ich, dass der Chef in der Nähe sein musste Denn seine miesen Schlager Schalten mir schon entgegen Der Geruch von Weißwurst Und Oma-Parfüm Vernebelte mir die Sinne Kommandant! Haha, ich grüße dich Mein hässlicher Freund Erzähl uns doch mal Warum bist du heute hier? Ich bin hier, um euch zu töten Ja, das klingt doch nach einer Mords-Gaudi Und das ist gut Denn die ganze Welt schaut uns heute zu Hallo da draußen Macht mal ein bisschen Stimmung Ja, aber warum will er uns töten? Das wüsste ich ja schon einmal gern Ihr habt die Welt unterjocht Und deine Schlager Sind scheiße Das war jetzt aber ein ganz gemeines Sprüchle Das muss schon Prügel geben Mein lieber Markus Komm heraus! Hi! Meine Freunde Jetzt wird es richtig spannend Denn der liebe Markus liebt es Zünftig Schädel einzuschlagen Schlaf ihn! Los! In die Fresse! Es war ein brutaler Kampf Nur durch meine unglaublichen Eichhörnchenreflexe Konnte ich überleben Doch dann erinnerte ich mich an Lektion Nummer 2 Die mit dem Baum Ich entleerte meine Geist Und mein Gegner hatte keine Chance mehr Ja! Ho 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 Jetzt bin ich hier der Chef 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 Ja, so ist er echt, Basti Ja! 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 Jaaa! Jaaa! Das ist doch ein Spektakel, nicht wahr, mein Schatz? Freilich, das ist super. Sehr gut, mein hässlicher Freund. Da muss der Papa wohl selber runterkommen. Praktikanten! Nicht schlecht, aber ein Praktikant schlägt niemals zurück. Aber ich, mein Lieber, doch nur mit Musik. Wie wär's denn mit Marmorstein und Kieferbricht? Wie wär's mit, ich hab dich tausendmal verbogen. Einigen wir uns doch auf, schön ist es doch, entstellt zu sein. Nein, Fiesta Mexicana. Des Todes. Rosa, 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 Rosa. Fiesta, Fiesta Mexicana, heute geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt wie Tequila, der glücklich sein lässt. Scheiße, Scheiße! Feiernacht, bleib mal mit mir, wie immer. Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße Denn jeder, der den Opferklopfer berührt, wird übelst verplatzen. G-A-M-E-T, wie tot. Das blutige Rachewerk war fast vollbracht. Doch einer hatte gefehlt. Wo war er, der schöne Micha? Ja, ich fuhr ganz hoch, bis ins letzte Stockwerk und fand eine lächerlich ausladende, protzige Dachterrasse. Hier würde ich ihn finden. Schöner Micha, deine Tyrannei hat ein Ende. Du willst doch nicht etwa deinen eigenen Vater töten? Was? Du bist mein Vater? Nein! Ja, man glaubt es kaum. Aber, wieso hast du mich verstoßen? Nun, also das war so. Damals nach deiner Geburt, habe ich dich zunächst meinen Fans präsentiert. Ich sah fantastisch aus mit Baby. Doch plötzlich rief jemand... Pui, das hat ja ein Leberknecht! Da habe ich dich das erste Mal angesehen und tatsächlich, das ging ja gar nicht. Grundgütziger, sie haben recht. Hoppala! Ja, hoppala! So, du Arschloch! Jetzt wird geballert! Verstehe, du bist sicher auf Gewalt angewiesen. Hässlich, wie du bist. Oh! Nicht aufs Gesicht, du Dummkopf! Sehr gut! Deine Hässlichkeit hat dich mächtig gemacht. Wer bist du? Ich bin der Mann vom ZDF. Die dunkle Macht hinter Game Two. Also bist du eigentlich an allem schuld. Ja, nur durch meine schreckliche Gebührenpower konnte Game Two alle anderen YouTuber, das Privatfernsehen und die ARD vernichten. Wieso die ARD? Tja, mit dem Zweiten sieht man besser! Und? War das etwa schon alles? Ich war zu schwer getroffen. War all das Training etwa umsonst? Sollte das Böse nun doch gewinnen? Ich bin Simon! Ich bin Budi! Und ich bin Nils! Meine drei Trainer, ihr seid die Bohnen? Also hattet ihr euch nur verkleidet? Ja, wir haben uns vor zehn Jahren im Wald versteckt. Wir wollten uns an Colling wächeln. Wir haben trainiert, um stärker zu werden. Dann kamst du und wir trainierten dich. Doch weil du versagt hast, folgt jetzt die Bohnenrache! Nein, nicht die Bohnen! Was ist denn hier los? Trant! Ich wusste es! Also gehörst du nicht zu den Bösen? Was? Nein! Nicht Trant! Ich bin's, Kogi! Und jetzt die News! Nein! Nicht Krogi! Tierchen! Nein! Nicht Sophia! Oh Gott, ist das brutal! Oh Gott! Es war Miriam 2 aus der Game2-Requisite. Ich hatte sie vor einigen Jahren in Atzen Anjas Bar gesehen und hatte sie schüchtern angesprochen. Sieht ja super aus! Muss ich schon sagen. Das Eis war gebrochen und es war der Beginn einer großen Liebesgeschichte, die... Nein! Nicht Miriam 2 aus der Requisite! Da ging sie hin, meine große Liebe. Gab es denn niemanden, der helfen konnte? Du fieser ZDF-Mann! Deine Tyrannei hat jetzt ein Ende! Papa, hilf mir! Wer ist denn dein Vater, du Versager? Ich will ihn weglasern. Lauchboi! Lauchboi! Junge, was ist los? Ich... ich hab dich... Was? Nein! ...enttäuscht. Nein, mein Sohn, du bist immer der Stärkere von uns beiden! Was? Nein! Papa, Papa... Nein, nichts mehr sagen jetzt! Papa, Papa... Sei leise! Wer? Ich... Pssst! Li... Was? Li? Was? Was? Wer ist Li? Lauchboi! 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 Welch passender Name! Hahaha! Aber das ist unmehrtlich! Laser Kick! Laser Kick! Und ihr seid es auch. Euer Eduard. Aufhol! Ja, hallo, Papa. Ich denke, du bist toll, du Arschloch, Kind! Aber mir geht's dir da gut. Dir geht's dir da gut? Kannst du dich noch sterben, oder was? Warum kommt das Ding an? Aber... Komm mal mit da raus, Digga! Aua! 9 Uhr morgens bei der Kälte! 10 Uhr morgens bei der Kälte. Mensch, du siehst ja super aus! Und? Scheiße! Ja, nur durch meine schreckliche Gebühren-Power konnte Game Two alle anderen YouTuber... YouTuber! Alle Jotubers sind tot! Scheiße! Aber... Ich hab mich echt tolls! Das war doch krass! Das war doch krass! Das war doch krass! Das war so lustig! Ja, bist du öfter hier, ne? Wunderbar! Talent steigend! Ja! Jetzt, wo ich hier wohne, äh, äh, stehe... Kommst du, wenn du auch... Bis dann! Oh, nee! Das ist ein Fandel in der Bände! Ich bin Budi! Das war super! Das war der beste Expert! Ich bin Budi! Äh... Und, äh, der Lieblings... Musik! Sind das echte Architektur-Spränze? Kannst du das wissen? Ah, da bist du... Das war in den Baum, wo ich mich gleich hinstelle... Ich grüße Sie, Ihren Weltmeister! Okay, das wird schon ein Witz! Ich will mich an Game Two rächen! Würden Sie mir die Ehre erweisen... Mein Mund ist ein bisschen eingefroren! Entschuldigung! Die Ehre erweisen, mich zu trainieren! Ich will mich an Game Two rächen! Würden Sie mir die Ehre erweisen, mich zu trainieren? Der war doch schon gut! Der war schon gut! Hat das gereicht, das Fleisch? Äh... Oh, nehm ich! Nehm ich! Ja, noch mal! Mein lieber Budi! Oh, echt? Ach was! Reicht, so! Mein lieber Colin, wir haben Sie! Die goldene Kamera 2019! Ha! Dann steht der Weltherrschaft ja nichts mehr im Wege! Hahahaha! Ha! 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 Ihr werdet die Weltherrschaft nie erreichen, solange es Eduard Laser gibt! Hä? Woran willst du das denn wissen? Na ja... Ich komme aus der Zukunft, du dummen Kopf! Ach so... Hm... Dann müssen wir vielleicht... Eduard Laser... Töten! 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 Vielen Dank.